das anode ein endgate nächstes licht sensor kriegen wir hin alles kein problem licht sensor und was brauchen wir unten noch da brauchen wir ist ein paar fackeln und ein alarm jetzt habe ich gesagt licht light sensor licht sensor doch das ist doch nichts hier das ist doch gar nichts doch das wäre jetzt teurer gewesen für licht sensor ist das billig und hier wo ist es wo ist es wo ist es lapis lapis gleich hier noch ein musst du zwei mit und nun brauchen alarm alarm im damen da den brauchen wir drei notenblöcke ein schaltkreis alles klar gemeint so notenblock ein davon hin machen wir mal sechse rein damit elektrischer schaltkreis eisen links rechts und unten what's down dann gibt es nämlich zweimal hoover alarm aber ich wollte gerade sagen schon dunkel ist aber noch nicht nun ich gucke mal gerade rezept nur noch ein stick hier mit weiß was wir dann machen machen einfach ganz so ganz dreist wie wir sind kodieren fertig wird es anfackeln warum denn so ein aufwand machen warum ab und zu doch eh und ausnahme habe ich sie dann im system sitzen dann tun wir die nämlich gleich hier drüber oder was haben wir denn hier sowas so dazu passen kann eigentlich gar nichts was mir fehlt sind die energy crystals gerade sehe ich die habe ich voll vergessen die habe ich vergessen guck mal was mir ein stick hier von dann machst du davon zwei steaks und hier machst du mal 320 stück wie viel über meter war damit war ein bisschen durch beraten können 3000 ja mach mal hier von 1000 machen wir hier auch noch von 1000 können wir alles durchbraten komm hier was kostet die welt was kostet die welt denn es gut drüber brauchen wir brauchen wir noch einen zweiten von den schraubenschlüssel schraubenschlüssel drei eisen zwei lapis das ist ja nicht der große aufwand hier und lapis dankeschön dann nehme ich nämlich vorsichtig aber einen mit jetzt habe ich doch vorne irgendwo hier vorne da müsste ich es doch drin haben einmal das und einmal das obwohl da muss ich auch vom mehr haben wo habe ich die hingeschmissen sind die hier vorne in der kiste oder sind das wirklich die einzigsten gewesen scheint die einzigsten gewesen zu sein das ist ja gar nicht gut da da haben wir es doch da haben wir es doch da brauchen wir mindestens zwei von zwei davon zwei davon und dann brauchen wir noch wet stone fackeln und irgendwas zu bauen nur ein paar fackeln mit ich glaube ich nehme holz mit dann immer zwei holz 6 mit bauen wir sehen jetzt nämlich im keller rein wobei wir das in irgendeine etage reinzimmern könnten da hier oben sowieso nur produziert wird dann kann ich die ecke hierfür ausnutzen dass da hier hinbauen hoffentlich komme ich damit den platz aus das brauchen wir drei in der länge ja kriege ich hin doch komme ich damit aus weiß ich noch nicht so von der breite weiß ich nicht aber so von der länge doch hier oben wird auch nicht viel passieren hier sind paar dinger die aufgefüllt werden ja doch das ist so okay wenn wir holz zum bauen na so können wir gar nicht muss ich auf dem dach bauen wegen dem licht sensor da will ich ja zuvor das ding mit strom zu setzen ich könnte auch sagen kommen was da oben licht sensor hin und dass sie halt wenn tag und nacht ist könnte ich doch hier in das x eigentlich reinbauen ah ladies and gentlemen ich bin gerade am tüfteln so da bei dem licht sensor muss 4 1 1 2 3 4 so als wäre nämlich schon ungefähr nacht das auf dem blog nee das müssen wir jetzt ein bisschen anders sitzen hier ist jetzt von dem blog hin der wird so geschaltet und dann brauche ich hier eine fackel und hier brauche ich eigentlich nichts ne das habe ich natürlich keinen tag jetzt muss ich gucken wer von euch beiden hier den strom gibt und welcher den ihr weg zieht ne advanced ach guck mal die kann man eigentlich mal hier löschen wie move wie move da machen nämlich nacht speicher speicher an set name und nacht speicher aus set name machen wir jetzt hier auch mal eben auf zwei ok wenn ich daran bringt nichts der pin der sendet ich kann mir das nicht merken der pin der sendet so jetzt kriegt der das war jetzt der nachts das heißt der mit der fackel ist der wenn der an ist und der ist wenn der aus ist will ich jetzt hoffen müsste das ungefähr passen wenn ich jetzt schlafen gehe müsste er glaube ich wechseln wo man hoffen das ist rechts nämlich an und links aus ich will es hoffen ich mache nochmal hier einen kleinen test irgendwas gerade weggeboxt nein genau rechts an links aus jetzt erhöhen wir die helligkeit für den lichtsensor weil er soll ja bestimmte uhrzeit nicht überschreiten dass es ungefähr bei minecraft zwischen sechs könnt ihr euch zwischen sechs und sieben uhr vorstellen dass das dann läuft ja warum gehst du nicht hier du sollst doch den an machen hier du piekmatz vielleicht geht er so müssen wir jetzt mal eben warten bis dunkel wird ach wisst du was ich habe keinen bock zu warten machen wir es eben so ja passt machen wir es eben so weil da soll sich jetzt keiner sozusagen ins hemd scheißen und äh cheater cheater ich will jetzt eigentlich nur schnell testen dann kommt nicht das alles in keller na halt stopp ruckel 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 jetzt kommt das nämlich in keller und zwar einmal ich brauche zwei platz einmal hier einmal da und nochmal ein paar platz hier machen wir jetzt erstmal die seite hier brauchen das der licht sensor kann weg wir brauchen das umgatter wir brauchen den counter den repeater und den timer nun 1 2 jetzt muss ich nämlich gerade schauen erst kommt eine fackel mit einer also eine western fackel die das nochmal hier umändert weil ich dann auch sagen kann warum denn so weit weg können wir doch ein bisschen näher sitzen machen wir es mal hier hin der da hin dann kommt was ist das für ein punkt das ist fünf dann kommt das und das endgate wobei die seite ausgeht dann kommt der timer der 1,1 so 2,25 hat obwohl das eigentlich auf 1 schon ok ist machen wir so nun der counter muss ja richtig sitzen so genau 10 dann war es der kommt hier rüber dann kann ich jetzt sogar noch einen an der wand setzen sehe ich gerade sonst sehe ich noch einen an der wand kann ich jetzt sogar allgemein an die wand setzen reicht glaube ich von